Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein. Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich... Ihr hättet mich mal auf dich schießen lassen. Hahaha! Was ist der Hass? Hättest du vorhin... Hättest du es umgeschossen, wäre es schnell passiert. Du wolltest ja nicht. Du wolltest ja unbedingt den Film gucken. Nicht kann man das machen, was man möchte. Kann ich jetzt hier irgendwas finden? Wahrscheinlich ein wenig hier. Aber hier muss ich dann, glaube ich, lang. Also gehe ich erst mal hier hin und gucke. Und fahre mal hier. Man hat ihn mitgenommen, ja. Okay. Oder muss ich hier lang? Ich will lieber was zum Aufmachen, na. Ich hab kein Lied recht, tut mir leid. Die Frage, gehe ich hoch und... ...den Fahrstuhl hoch? Oder gehe ich da lang? Weil ich da lang... Und wo lang muss ich? Weil ich in dieser Reihe ist so kaputt, ja. Pflanzen mit mir. Ich glaube aber hier muss ich tatsächlich gerne lang. Ich kann hier auch gar nicht lang, ich hab kein Edsmittel. Ja gut, dann müssen wir doch ein Fahrstuhl hoch. Hat sich das auch geklärt. Ich muss hier mal auf die Pfoten gucken wollen. Ich weiß auch nicht. Mal gucken, wo es hingeht. So, was schau mal denn hier. Haben wir denn... Stromkasten? Ja, super. Na, gehen wir halt einfach da durch. Ja, aber einfach kein Dietrich. Kommen wir eh nicht so weiter. Wo sind wir jetzt? Ich glaube, hier steppt mit der Steuerung. Na. Wo der Kapitän drinnen sitzt. Wie heißt das Ding? Wie heißt dieser Raum? Wer hat da eigentlich bestimmt einen Namen? Ich komm nicht drauf. Oh. Hallo. Sie wollten das Fenster springen. Hat anscheinend ja nicht so gut geklappt. Ich weiß auch nicht, ob die andere Option besser für sie wäre. Wären wir im Wasser wären vielleicht. Aber so? Auf das Land? Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Obwohl das, was er macht, ist auch nicht gesund. Auch nix da. Ich glaube, ich geh doch immer in die Tür da rein, wenn sie mich durchlässt. Das war die Sache. Ich weiß nicht. Okay. Ach so, es war die Wand, war nicht die Tür. Ich weiß nicht, woher man lang muss. Wo es vielleicht aber was zu finden gibt. Vielleicht finde ich ja doch ein bisschen was. Ich meine, da habe ich eine Karte jetzt gefunden. Schön. Ich habe einen Kreuzschlüssel gefunden. Ich habe einen Kreuzschlüssel gefunden. Okay, immer noch kein Dietrich. Da könnte ich dann wieder hochgehen, falls ich Dietrich und Ältungsmittel finde. Ich hab ja Glück, ich brauch nur ein Dietrich und das Ältungsmittel ist in der Kassette drin. Wait. Ich will hier. Okay. Muss ich runter? Nicht nach oben? Gut, dass man weiß, wo man hin muss. Nee, kann ich nicht zurück. Hier war versperrt. Okay, ich muss doch da oben hin. Dann proben wir. Okay, wenn man halt hier durch die Gegend läuft und blind bieten will, wie sonst was ist. Ich brauch Ätzungsmittel. Ist hier oben was? Hier war ich aber auch schon. Ah, hier ist ein Computer. Was, der hoffst du dir zu sehen? Ach, da! Den suchst du. Ich will mal ranzoomen. Nee, der Mund ist noch frei, also wird er nicht mehr direkt ersticken. S2. Okay, dann wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. Hör auf, Evelyn! Sie haben schon stark das kleine Kind hier. Ja. Soll ich doch, die schiebt komplette Halle los. Aber ich muss auch unten. Schon mal viel wert, so wissen. Also hier haben wir auch was. Bombe. Ich find nur Bomben. Ich find kein Ätzungsmittel. Was soll denn das? Bleiben widrig. Nee, war ja auch nix. Ich muss da nochmal hochklettern, aber da komm ich ja wieder da raus, wo ich angefangen hab, oder? Kann ich nach unten durch weiter? Ah, guck mal, ich kann auch nach unten. Ach, dafür hab ich das Ding gebraucht. Aha, okay, verstehe. Ja, wo ist es auch die Leiter nehmen, wenn man springen kann? Ach so. Ah, okay, jetzt kann ich aussuchen nach oben und nach unten. Hä? Guck ich hier nochmal um, vielleicht bin ich ja niedrig. Vielleicht bin ich ja irgendwas. Ich hab ein Messer gefunden. Hab ich jetzt zwei Messer? Null. Hä? Ach so, ich hatte gar kein Messer bei ihr. Die andere hatte das Messer gehabt. Ich hörste, die im Video, die hatte Messer gehabt. Jetzt im Zwischen hab ich immer noch nicht. Ich bin fertig. Jetzt muss ich mir sein, ne, er hat keine Pistolen-Muni mehr. Schießbote. Kann ich was herstellen? Ich hab doch Muni, hä? Nein, wollt ihr gar nicht. Die Tassen vertauscht. Hä? Maschinengewehr Muni, achso, nicht für die Pistole. Okay, dafür hab ich nix. Okay, Messer halt. Hab ja keine andere Wahl. Da ist ja eine Mikrowelle was drin. Ah, Chemie. Guck mal, jetzt kann ich doch was herstellen. Pistolen. Doch, das ist die richtige. Wann mal nachladen? Ich hab halt nur 10 Schuss. Das ist jetzt auch nicht so viel. Okay, hier bin ich. War ich jetzt mit ihr hier lang oder mit der anderen hier lang? Aber nach oben muss ich jetzt erstmal nicht. Da bräuchte ich ja immer noch ein Dietrich oder Ätzungsmittel. Oder am besten beides. Das ist ja gar keine Arme. Oh, du kannst ihn mal drüber bringen. Ist ja egal, ich haut dich gerade. Okay, jetzt. Oh. Aber in der Küche war ich noch gar nicht. Mit ihr jetzt halt. Vielleicht find ich da irgendwas. Das Essen ist schon mal weg. Die andere tue es auch, war ich doch schon mal hier. Ich hör jemanden schmieren, aber wo ist der denn? Ja, passt so, ich habe Maschinengewehr, aber ich habe kein Maschinengewehr. Da ist auch nichts drin. Ja gut. Ich habe doch eh mal was gehört. Da ist er. Was war das? Ich bin jetzt gleich wieder verschwunden und einfach in den Teppich gesaugt. Das ist seltsam. Lass dich abbeurteilen. Ja, rennen, rennen Mädchen, rennen. Lass dich nicht öffnen. Ah, hier, in der Couch wachsen Pflanzen. Ja gut, mehr gibt es hier anscheinend erstmal nicht. Okay. Muss ich doch vielleicht im Fahrstuhl nach unten. Ah, da kann ich auch laufen, okay. Also ich dachte, da wäre auch irgendwas aufgeploppt. Ah, hier ist Speicherraum. Schauen wir mal. Ah, hier. Herzmittel. Ah, jetzt habe ich was gefunden. Jetzt gehe ich vielleicht mal nach oben durch die Tür. Weil der E fließt ja eh unten. Also kann ich gucken, ob oben irgendwas versteckt ist. Ich müsste nachher nach ganz oben kommen. Ich habe zwar noch keinen Hitrich, aber vielleicht finde ich ihn in dem Raum. Venet ist auch nicht so schlimm. Mich interessiert eher, ob ich halt... Oder warte mal, kann ich... Habe ich vielleicht... Nee. Hat nichts gefunden. Ah, ich habe was gesehen. Ich nehme die Sachen. Dann finde ich Items, ja. Okay, ist aber anscheinend nichts da. So, ich muss aber zum Fahrstuhl. Damit ich da hochklettern kann. Damit ich da wieder hochkomme. Hinter dem Fahrstuhl ist was. Da sind zwei Sachen. Ah, da unten ist was drin? Nee, ist es nicht. Ist hinter der Tür. Oder wie? Ist hier eine Tür? Oder wie? Da ist noch mehr. Hier gibt es Sachen zu finden. Aber jetzt ist die Pille, glaube ich, abgelaufen. Ah, hier. Oh, hier. Ah, da hat auch Zeug. Da haben wir jede Menge Zeug. Da ist nichts mehr drin. Nope. Oh. 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 Okay. Come near. Come. Okay, soviel dazu. Konnte ich irgendwas tun? Ne, kann ich einen Stecker nehmen. Oh, am Ende brauche ich das eh für irgendwas und ich bin schon mal hier hingegangen. Ich habe ein Kabel. Netzkabel, okay, es war noch nicht oder nicht mehr, wofür das Kabel war, aber ich habe es jetzt. Jetzt mit dem Eis zum Nachfüllen. Hast du keine Lust die Tür aufzumachen? Dann sagst du, nö, sehe ich nicht einmal auf. Okay, nehmen wir das schon mal. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir das Kabel brauchen, aber wir haben es. Während weiter in die Richtung ging es nicht, ne, da war eine Wand. Da ist noch ein Lichtschalter. Taps, 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 taps. Ja, hier habe ich aber noch gar nicht richtig. Jetzt kannst du eigentlich mit dem Messer auch aufknacken, wenn du richtig willst. Ja, nach unten. Und jetzt gehen wir nach unten. Oben waren wir ja schon, da haben wir, glaube ich, jetzt erstmal alles. Ja, lauf rüber weiter, ist okay. Aber mit ihr waren wir ja schon, oder? Aber ich muss noch weiter runter, oder? Muss ich noch weiter runter? Doch, ich muss noch weiter runter, oder? War der hier irgendwo? Aber hier war irgendwo eine Tür, die man auch oft ätzen konnte. Ich glaube, die habe ich noch nicht aufgeätzt. Muss ich jetzt halber nochmal speichern. Wie? Das ist alles.